Chiemgauer Alpen Die Chiemgauer Alpen gehören zur Nordkette der Kalkalpen und liegen als Grenzgebirge überwiegend in Bayern-Deutschland und zu einem geringen Teil auch in Tirol-Österreich. Orte Aschau im Chiemgau Im Chiemgau, 650 Meter, Luftkurort und Wintersport an der Prien. Bad Reichenhall, 472 Meter, Bayerisches Staatsbad. Bergen, 553 Meter, Luftkurort und Wintersport. Bernau im Chiemsee, 515 bis 800 Meter, Luftkurort. Fraßdorf, 600 bis 900 Meter, Erholungsort. Inzell, 700 Meter, Luftkurort und Wintersport, Eisschnelllauf. Markwartstein, 515 bis 800 Meter, Luftkurort und Wintersport an der Tiroler Aache. Beding, 450 bis 500 Meter, Luftkurort im Berchtesgadener Land. Reit im Winkel, 695 Meter, mit der Winkelmusalm, Wintersport. Ruhpolding, 659 bis 1100 M, Luftkurort und Wintersport. Sachrang, 738 bis 1400 Meter, Sommerfrische und Wintersport, gut restauriertes Ortsbild. Schneitzelreuth, 511 Meter, mit der romantischen Weißbachschlucht. Siegsdorf, 600 bis 1227 Meter, Luftkurort. Hintergrund Die Chiemgauer Alpen werden im Westen vom Inn und von der der Saarlach im Osten begrenzt. Im Norden laufen sie ins Flachland aus, im Süden benachbart sind der Talboden des Kaiserwinkels zum Kaisergebirge hin, die Loferer Steinberge und die Berchtesgadener Alpen mit der Reiteralpe und dem Lattengebirge. Mit der Bahn die Orte Aschau und Ruhpolding sind über Nebenstrecken an die Bahnlinie München, Salzburg, Verlauf südlich des Chiemsees, angeschlossen. Auf der Straße an der Nordseite des Gebirges verläuft die Autobahn A8, München, Salzburg, An der Westseite die Inntal-Autobahn A93 von Rosenheim nach Kiefersfelden-Kufstein. Von Süden ist das Gebiet nur über die österreichische Staatsstraße 178 Schneitzelreuth, Kössen zu erreichen. Bergbahnen im Chiemgau finden sich eine Reihe von Bergbahnen. Ausgehend von Westen ist die erste die Hochriesbahn in Samerberg. Der erste Abschnitt ist eine einer Sesselbahn bis zur Mittelstation auf 920 Meter. Von hier bis zur Talstation verläuft auch eine schöne Skipiste. Ab Mittelstation führt eine Kabinenbahn auf 1547 Meter. Bis zum Gipfel auf 1569 Meter muss man laufen. Die Kampenwandbahn führt von Hohen Aschau hinauf auf 1467 Meter. Die Hochplattenbahn ist eine Sesselbahn, die von Markwartstein auf ca. 1050 Meter bis unterhalb der Hochplatte führt. Zum Gipfel ist es noch ein Stück. Die Geigelsteinbahn ist ebenfalls eine Sesselbahn, die längste in Oberbayern, die von Schleching auf 1100 Meter bis zur Wursteinalm führt. Von dort aus kann man Geigelstein und Breitenstein besteigen. Auf den Hochfällen führt in zwei Sektionen eine Kabinenbahn bis zum Gipfel. Berggipfel, nach Alpenvereinsanteilung, von West nach Ost. Am Inn, Zellerwand, 1415 Meter, Kranzhorn-Heuberg-Spitzstein, 1596 Meter, mit Ausblick auf das Kaisergebirge. Hochries, 1569 Meter, Chiemseeberge, Geigelstein, 1813 Meter. Hochgärn, 1748 Meter, Bergstock mit bester Aussicht im Chiemgau, manchmal bis zum Bayerischen Wald. Hochfällen, 1674 Meter, mit Seilbahn zum Gipfel und weiter Aussicht in den Chiemgau. Kampenwand, 1664 Meter, 9 Kilometer langer Bergkamm, viel besucht. Hochplatte, 1587 Meter, Aussichtsberg über das Achental nach Süden. Südliche Chiemgauer Alpen, Lofereralm mit Dietrichshorn, 1542 Meter, und Grubhörnl, 1747 Meter, viel besucht. Steinplatte, 1869 Meter, mit Kletterführen in steiler Felswand und dem Skigebiet Kammerkör nach Norden. Berge bei Ruhpolding, Jean-Taxhorn, 1961 Meter, Grenzgipfel und höchster Gipfel des Gebirges bei Ruhpolding. Inselakienberg-Rauschbergmassiv, 1671 Meter, mit Bahn. Hörndl Berge bei Badreichen Hall, Sampipe-Symbol 260 BX-Pipe-Symbol Badreichen Hall, im Hintergrund Zwiesel, Leh, und Hochstaufen, Mittig, Hochstaufen, 1771 Meter, Hausberg von Badreichen Hall, im 17. Jahrhundert Bergbau. Gamsknogel, 1750 Meter, westlicher Gipfel des Hochstaufen, Hausberg für Insel und herrlicher Aussichtsberg in den Chiemgau. Zwiesel, 1781 Meter, Mittelgipfel und höchster Gipfel der Staufengruppe. Mühlnerberg-Idyllisches Märchengebirge mit Mühlnerhörnl, 1253 Meter, Pflasterbach-Hörnl, 1270 Meter, und Rabensteinhorn, 1373 Meter. Gewässer Chiemsee Der Simsee liegt ein paar Kilometer west-südwestlich vom Chiemsee und ist mit ca. 7 Kilometern Länge, Südwest-Nord-Ost-Ausrichtung, und ca. 1,5 Kilometer Breite kleiner. An seinen Ufern finden sich einige Strandbäder, kostenfrei, mit sanitären Einrichtungen und Gastronomie. Weitere Sehenswürdigkeiten Wallfahrtskirche Mariaeck Wandern und Bergsteigen Die Chiemgauer Berge sind relativ einfach bewanderbar, weil ihre Höhe und Beschaffenheit eher nicht hochalpin ist. Üppige Vegetation findet sich bis in die Gipfellagen. Wanderwege sind reichlich vorhanden und auch recht gut gekennzeichnet und beschildert. Die farblichen Wegemarkierungen sind manchmal etwas versteckt, sodass man aufmerksam sein sollte. Außerdem befindet man sich in einer Grenzregion, sodass Markierungen nicht immer gleich aussehen. Wanderkarten sind von Vorteil. Parkplätze sind reichlich vorhanden, vor allem an den Talstationen der Bergbahnen, von wo aus auch viele Wanderwege abgehen. Will man eine Hütte zur Einkehr ansteuern, sollte man sicher gehen, dass diese auch bewirtschaftet ist. Internet, einheimische Fragen Ski-Alpin Insgesamt gibt es in den Chiemgauer Alpen rund 60 Pistenkilometer in Skigebieten und überwiegend im familienfreundlichen einfacheren und mittleren Schwierigkeitsbereich. Das Skigebiet für Reit im Winkel ist die Winkelmusalm, Teil des Skiverbunds Steinplatte Winkelmusalm. Skigebiet Bergen-Hochfällen In Ruhpolding gibt es drei kleinere Skigebiete bzw. Einzellifte-Übungslifte. Einzellifte, in Auswahl, gibt es noch in Inzel, Pormannlift, Marquard Stein-Sachrang, Kaiserblick und Heisendorf. Küche Aus klarem Gebirgswasser gibt es im Straßenverkauf in Schneitzelreuth direkt an der Bundesstraße nach Saalfelden, a. kurz vor der österreichischen Grenze. Unterkunftliste der Berghütten des Deutschen Alpenvereins, DEF, und des österreichischen Alpenvereins, ÖAV, sowie Privathütten für Wanderer, Bergsteiger und Mitbicker, stand März 2007, nach der AV-Einteilung, von West nach Ost, Almen ohne Unterkunft siehe bei den Bergen. Am Inn DAF-Nerwald-Almen, ca. 1000 m, unter dem Heuberg gelegen, mit Blick auf Feichteck, Karkopf und Hochries, zu Fuß vom Duftbräu. Schwarzrieshütte, ca. 1000 m, privat, nahe Trockenbachtal. Chiemseeberge Bründer-Langalm, 1240 m, privates Wirtshaus an der Nordausseite des Hochfällen. Hochfällenhaus, 1671 m, Hochgernhaus, ca. 1460 m, auf dem Weg zum Hochgern, nur zu Fuß erreichbar. Kampenwandhaus, 1467 m, an der Bergstation der Kampenwandbahn, privat. Biesenhauser Hochalm, ca. 1200 m, zwischen Kampenwand und Hochplatte, nur zu Fuß. Prinerhütte, 1410 m, Schlechtenberg-Alm, 1500 m, an der Nordseite der Kampenwand. Staffenalm, ca. 1000 m, unter der Hochplatte, zu Fuß oder mit der Sesselbahn zu erreichen. Steinlingalm, 1550 m, im Norden der Kampenwand, privat. Wirtsalm, ca. 1450 m, zwischen Geigelstein und Breitenstein, Sesselbahn bis Wursteinalm, dann zu Fuß. Wursteinalm, ca. 1100 m, unter dem Geigelstein gelegen, zu Fuß oder mit Sesselbahn zu erreichen, privat. Südliche Chiemgauer Alpen Haus Gertrud in der Sonne, 1300 m, auf der Lofa-Alm, privat. Haus Schönblick, 1360 m, privater Alpengasthof auf der Lofa-Alm. Alpengasthof-Steinplatte, 1374 m, privat. Traunsteiner Skihütte, 1260 m, DEV, Sektion Traunstein. Straubinger Haus, 1551 m, DEV, Sektion Straubing. Berge Bayru-Bolding. Reichenhaller Berge. Reichenhaller Haus, 1750 m, DEV, Sektion Bad Reichenhall. Unter dem Gipfel des Hohenstaufen. Zwieselalm, Kaiser Wilhelm Haus, 1386 nm, privat. Am Südhang des Zwiesels. Paul-Grober Haus, 950 m, auf der Kugelbach-Alm im Gebiet des Müllner Berges. Naturfreunde Bad Reichenhall. Karten Bayerisches Landesvermessungsamt Blatt UKL 7, 1.50.000 Karten 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 Karten